Hallo! Schön, dass du wieder auf meinen Kanal gefunden hast. Wir basteln heute das Album weiter und zwar mit der Seite 4, die letzte Seite. Ich bin schon total aufgeregt, weil Album neigt sich natürlich dem Ende entgegen und wir basteln jetzt die letzte Seite, die Seite Nummer 4. Für die Vorderseite benötigt ihr folgende Materialien. Ihr braucht vier Fotomatten in den Größen 10 x 14 cm, 14 Fotomatten in der Größe 11 x 16 cm, ein Stück Cardstock in den Maßen 24,5 x 16,5 cm, an der langen Seite oben habe ich 1 cm auf beiden Seiten eingeschnitten, aber nicht durchgeschnitten und dann einfach ein Tab rausgestanzt zum Rausziehen. Dann benötigt ihr ein Stück Cardstock in den Maßen 23 x 19 cm, an den 19 cm falzt ihr rechts und links 1 cm nach unten und bei den 23 cm falzt ihr 1 cm auf einer Seite. Dann benötigt ihr ein Stück Cardstock in den Maßen 23 x 16,5 cm, an der langen Seite 23 cm falzt ihr bei 11,5 cm durch. Dann benötigt ihr 3 x noch die Maße 24 x 16,5 cm und da falzt ihr einmal bei 11,5 cm und einmal bei 23 cm, also bei den 3 cm bitte, 11,5 cm und 23 cm einmal falzen. Gut, wenn ihr das gemacht habt, dann sind wir eigentlich schon wieder startklar und können schon wieder loslegen. Wir fangen damit an, dass wir die Tasche, die oben drauf kommt, nein, wir fangen mit der Grundseite an. Grundseite ist immer 20 x 26 cm, Ihr falzt auf jeder Grundseite einmal bei 1,5 cm und einmal bei 3 cm auf der 20 cm Seite. Das wird dann einmal durchgefalzt. Dann greift ihr euch das Stück Cardstock in den Maßen 23 x 19 cm und falzt die ganzen Klebelaschen einmal durch. Beklebt das Ganze einmal mit doppelseitigem Klebeband an der Kante. Ihr könnt natürlich auch weiterhin nur Flüssigkleber verwenden, wenn euch das lieber ist. So, die Klebelaschen werden abgeschrägt. Wir fangen wieder so an, dass wir nur die unterste Kante vom Klebeband befreien und auch erstmal nur die unterste Kante einmal einkleben. Lasst es fallen und drückt es fest. Jetzt übt ihr Druck aus und lasst es auch wirklich schön sich der Kleber mit der Cardstock verbindet. Dann geht ihr nochmal über diese Kante drüber mit dem Falzbillen, schön feste. Damit die einfach nach innen gelegt bleiben, zieht das Klebeband ab. Gebt Flüssigkleber auf. Ich mache das dann über die ganze Lasche immer, weil ich nicht möchte, dass es zu schnell klebt, damit ich einfach noch Korrekturen vornehmen kann. Und jetzt lassen wir das nach oben hin sinken. Ich drücke mir immer nochmal die unteren, also im unteren Bereich, die Laschen nochmal so schön nach innen. Und dann drücke ich es von unten nach oben einmal fest. So, hier könnte man jetzt beispielsweise auch schon den Tag super gut reinschieben. Dann ist der schon mal aus dem Weg. Wie gesagt, wenn euch das manchmal ein bisschen zu sperrig läuft, dann würde ich euch empfehlen, einfach nochmal einen halben Zentimeter von der Breite wegzunehmen. Dann rutscht das leichter. Ich mag das nur, wenn der Tag etwa so groß ist wie die Seite. Deswegen kürze ich da immer nur 0,5 Zentimeter. Nach ein paar Mal hin und her schieben geht das dann auch wirklich relativ einfach. So, das legen wir jetzt kurz beiseite, weil jetzt brauchen wir die ganzen anderen Seiten. Da falzen wir jetzt einfach die Kanten nach. Also einmal der Cardstock mit dem Maßen 23 x 16,5 Zentimeter einfach in der Mitte durch. Und das Ganze auch einmal hier in der Mitte gefalzt. Aber die Klebelasche, die 1 Zentimeter Klebelasche, falzen wir in die andere Richtung. Das wird nämlich ein sogenannter Fotofächer, den wir aufeinander kleben. Etwa so. Und wenn man dann daran zieht, dann hat man jede Menge Fotos, die man dort einkleben kann. Ja. Ich arbeite jetzt auch nicht viel mit doppelseitigem Klebeband. Ich gebe hier zwar einen Streifen auf, aber der geht jetzt auch nicht bis zum Ende, weil das eigentlich so nicht notwendig ist. Ist nur zur Sicherheit für mich, sozusagen. Dann gebe ich einmal Kleber auf. Und nehme mir eine der Seiten, die noch eine 1 Zentimeter Falz hat. Und nehme die mal kurz auseinander, dann kann man das besser nämlich aufgeben. Und lege die mir dann einmal so auf die Klebelasche drauf, sodass es wirklich schön Kante auf Kante ist. Und drücke das einfach fest. Schrägt jetzt diese Lasche einmal ab. Und macht nochmal genau das Gleiche. Ihr könntet diesen Fächer auch, wenn ihr das wollen würdet, noch erweitern um mehrere Seiten, dass ihr noch mehr Fotos reinpacken müsst. Aber der wird schon, ihr werdet es ja gleich sehen, wenn ich es auch dekoriert habe am Ende. Der wird noch dick genug werden durch die Fotomatten. Wenn ihr natürlich ohne Fotomatten arbeitet, dann könnt ihr da ruhig noch eine Seite mit drauf geben. Allerdings müsst ihr auch immer bedenken, da kommen noch Fotos rein. Also ihr kriegt noch eine gewisse Stärke obendrauf, schon allein durch die Fotos. Deswegen hat mir die Stärke jetzt absolut gereicht. So. Das wäre dann das. Wir machen jetzt folgendes. Und dann könnt ihr jetzt natürlich rein theoretisch das Ganze, wenn man das hier jetzt aufbringt, das Ganze hier nochmal mit so einem Magnetbellyband verschließen, möchte ich deshalb nicht, weil ich hier eine Deko drauf machen will. Also eine aufwendigere Deko. Und deswegen brauche ich da einen anderen Verschluss. Und der geht am leichtesten dann mit Schleifenband. Da braucht ihr dann zwei ein bisschen längere Stücke, Schleifenband. Und die klebt ihr einmal mittig von oben fest. So, keine Angst haben, das sieht man später nicht mehr. Dann dreht ihr das Ganze um und klebt das nochmal in derselben Höhe, ungefähr gleiche Länge, nochmal von unten fest. Und dann hat man einfach den Vorteil, dass man wirklich hergehen kann und kann sagen, okay, ich mache jetzt hier und hier eine Schleife rein und dann ist das Ganze zu. Das ist der Vorteil an der ganzen Geschichte und so wird es dann auch gemacht. Genau. Ich würde jetzt aber hier erstmal noch Designpapier aufbringen. Dann das gute Stück festkleben. Dann die Fotomatten einkleben. Genau. Deswegen machen wir jetzt erstmal die Rückseite von dem Ganzen. Das sieht unspektakulärer aus, als es am Ende dann wirklich ist. Wir brauchen für die Rückseite folgende Materialien. Ihr braucht ein Stück Kartzock in dem Maßen 16,5 x 25,5 cm. Da habe ich an der Seite von 16,5 cm ein Zentimeter eingeschnitten und ein Tab rausgestatzt. Dann braucht ihr farbige Fotomatten. Zwei Stück in den Maßen 10 x 14 cm. Zwei Stück in den Maßen 16 x 11 cm. Ihr braucht zwei Stücke Kartzock. Na, komm her. Zwei Stücke Kartzock in den Maßen 21 x 10,5 cm. Bei einem dieser beiden, falls dir dann auf der langen Seite, also bei 21 cm, eine Zentimeter Lasche bitte noch. Aber nicht bei beiden, nur bei einem. Außerdem braucht ihr noch ein Stück Kartzock in den Maßen 13,5 x 9,5 cm. Ihr fallst an der Seite bei 13,5 cm rechts und links 1 cm. Und an der Seite bei 9,5 cm 1 cm Klevelatte. Dann benötigt ihr noch ein Stück Kartzock in den Maßen. Lasst mich gerade mal nachlesen. Ein Stück Kartzock in den Maßen 26 x 12,5 cm. Da fallst ihr bitte bei den 12,5 cm 1 cm nach unten als Klevelasche. Und ihr benötigt noch ein Stück Kartzock in den Maßen 28 x 11,5 cm. Da fallst ihr bitte bei den 28 cm jeweils 1 cm rechts und links. Wenn ihr das gemacht habt, dann sind wir schon startklar. So, ich packe gerade mal das Klebeband. Wir fangen gleich mal an mit den 28 cm Stück. Ich falze die Laschen einmal nach innen. Gebe im Klebeband auf. Ich regne die Klebelaschen einmal ab. Wir suchen uns jetzt einmal gleich ein Stück Designpapier, was hier in den Hintergrund soll. Das wird nämlich hier rauf platziert. Das ist schon sehr schön, das Papier. So, aber zuallererst platzieren wir einmal eine der beiden Klebelaschen. Das könnt ihr entweder oben oder unten machen, das ist vollkommen egal. Wird einmal schon festgeklebt. Festgeklebt und festgedrückt. Wenn das gemacht ist, platziert ihr vielleicht doch. Vielleicht passt es doch. Wenn wir das vielleicht so machen. Naja, aber dann sieht man nicht mehr viel und die Engelsflügel sind weg. Ne, wir machen es andersrum, so wie vorher gedacht. Wir kleben einmal an der langen Seite rechts und links ein Klebestreifen, doppelseitiges Klebeband auf. Reißen das aber noch nicht ab, also es bleibt noch aufgeklebt. So, nun schnappen wir uns die Seite. Klappen das so auf, legen uns die jetzt so auf und gucken, ob das jetzt passt. Von der Größe her sieht aber gut aus. Und geben Kleber auf. Auf jeden Fall an den Rand, oben und unten. Und etwas natürlich in die Mitte, dass da einfach auch nochmal ein bisschen Halt da ist. Ich brauche euch auch keine Sorgen zu machen, das drückt sich in keinster Weise durch. Das drückt man später überhaupt nicht mehr. So, das legen wir jetzt hier einmal auf. So wie es am Ende festgeklebt sein soll. Dann schlagen wir das einmal nach oben. Wir kleben aber noch nicht alles von dem Designpapier auf. Also das wird noch ein bisschen angehoben gehalten. Ziehen dieses doppelseitige Klebeband ab. Von dieser Klebelasche, wenn es denn möchte. Manchmal will es und manchmal will es irgendwie nicht. So. Okay, dann schlagen wir das einmal um. Und platzieren uns das jetzt umgeschlagen mit dem Designpapier auf der Seite. Jetzt gehen wir nochmal überall drüber. Auch hier über dieses Breite. Weil wir natürlich unten drunter im Designpapier Kleber haben. Jetzt heben wir das hier an der Seite nochmal an. Und ziehen uns das doppelseitige Klebeband raus. Nicht das Papier, nur das doppelseitige Klebeband, bitte. Dankeschön. Und drücken das fest. Hier genauso. Einmal rausziehen. Und festdrücken. Super saubere Klebekante. Ich bin glücklich. So, als nächstes greift ihr euch das Stück mit den 12,5 cm x 26 cm. Und passt diese wunderschöne Klebelasche nach. Gebt ein Band. Doppelseitiges Klebeband auch. Müsst ihr nicht. Geht auch nur Flüssigkleber. Schrägt die Lasche einmal ab. Zieht das Klebeband ab. Gipfelt das Sichtkleber auf. Klebt das jetzt am linken Rand. Ihr könnt es auch am rechten Rand aufkleben. Das macht nicht viel Unterschied. Beziehungsweise ich mache es halt gerne so, weil ich natürlich auch in die linke Richtung blättere. Und gebe das dann am linken Rand einmal direkt an der Kante zum Kleben auf. Und dann habt ihr hier eine Klappe. Anschließend schnappt ihr euch dieses kleine Stück Kartsock in dem Maßen 13 x 9,5 cm. Falzt alle Laschen nach. Gebt Klebeband auf und schrägt die Laschen ab. Zieht jetzt an der unteren Lasche wieder das Klebeband ab. Gebt noch Klebe auf. Drückt die Seitenlaschen einmal fest. Und dann mit den anderen Fingern die anderen. Und klebt auf der Vorderseite an der untersten Kante die Tasche einmal auf. Dann zieht ihr euch auf der Innenseite die anderen. Laschen einmal ab. Also ich kann mich ja nicht beklagen, dass ich zu wenig Platz habe oder so. Also ich habe wirklich viel Platz zum Basteln. Ich habe zwei Eckschreibtische, die sind zusammengestellt. Aber irgendwie reicht mir der Platz so ziemlich. Ich habe immer zu wenig Platz. Ich habe so ein richtig schönes Bastelreich. Aber ich habe einfach festgestellt, dass ich wirklich sagen muss, dass der Bereich mir persönlich immer noch zu klein ist. Also ich habe jetzt schon wirklich sehr viel draus gemacht. Und ich habe auch wirklich sehr viel Platz. Aber irgendwie ist es noch nicht so das Optimale. Also ich kann noch nicht nach allem greifen. Ich kann auch schon nach sehr, sehr viel greifen, was ich brauche. Ich habe so eine richtige schöne Wand, so ein Packboard vor mir. Aber irgendwie ist es noch nicht optimal. Das ist noch nicht das, was ich mir vorstelle. So, dann schnappt ihr euch die beiden Cardstockstücke in den Maßen. 21 mal 10,5 cm. Einmal habt ihr ja bei einem Zentimeter gefalzt. Das, falls ihr jetzt nochmal nach, gebt wieder Klebeband auf, schrägt die Lasche ab und klebt es dann einmal auf der anderen Seite fest. Super. Alles klar. Das wird dann hier reingesteckt. Ist dann auch sozusagen eine Fotomatte. Hier kann man dann auch Fotos platzieren. Hier kommt dieser wunderschöne Tech dann rein. Den würde ich dann auf diese Seite reinschieben. Und hier haben wir dann natürlich noch die Fotomatten. Fotomatten sind einmal für den Tag gedacht und einmal für diesen Tag und einmal für diese Seiten hier. Hier könnt ihr dann auf jeden Fall eine Fotomatte reinkleben. Ja, ich zeige euch das dann natürlich, wenn alles dekoriert ist. So. Das mache ich jetzt auch. Und sobald ich fertig bin mit dem Designpapier aufkleben, zeige ich euch die Seite. Bis gleich. So. Da bin ich wieder. Und wir fangen jetzt an mit der Coverseite von Hidden. Und zwar braucht ihr dafür verschiedene Cardstock-Stücke, die ich euch jetzt vorlesen werde. Von meinem wunderschönen schlauen Zettel aus an. Und zwar braucht ihr zweimal Cardstock in den Maßen 12 x 21 cm. Und das halst ihr jeweils immer bei 1,5 cm durch. Das heißt 1,5 cm, 3 cm, 4,5 cm, 6 cm und so weiter. Bis ihr hinten durch seid. Und dann braucht ihr noch zweimal Cardstock in den Maßen 12 x 15 cm. Und dann macht ihr das genauso. Ihr falzt aber immer an der 12 cm Seite durch. Also nicht an der 15 cm Seite, sondern immer an der 12 cm Seite. Auch bei dem langen Stück durch falzen an der 12 cm Seite. Außerdem braucht ihr noch ein Stück Cardstock in den Maßen 16,5 x 21 cm. Und bei den 16,5 cm falst ihr einmal bei 1 cm. Wenn ihr das gemacht habt, können wir loslegen. Wenn ihr das mitbasteln möchtet, drückt ihr einfach immer auf Pause, wenn ihr euch die Maße genannt habt. Oder ihr bereitet euch natürlich anhand der Infobox die Sachen vor. Und dann können wir das auch super gut zusammenbasteln. Und jetzt falzt ihr diese 1 cm Falzen jeweils wie in einem Fächer nacheinander durch. Die dürfen auch wirklich stark werden, die falzen. Also amerikanisch sagen wir zu crisp. Also wirklich scharfe falzen dürfen das sein. Ihr dürft das wirklich gut durch falzen. So, dass ihr wie so einen wunderschönen Fächer habt am Ende. So, wenn ihr das durchgefalzt habt, lasst ihr erstmal den großen Teil beiseite. Der ist jetzt erstmal nicht so wichtig. Denn jetzt wird das zusammengesetzt. Und zwar so zusammengesetzt, dass ihr immer eine Hoch- und eine Talfalte ineinander steckt. Und ihr nicht. Ich klebe immer erst eine Kante zusammen. Das bedeutet, ich klappe mir das auf, setze diese zwei Kanten aufeinander und klebe die fest. Braucht ihr auch nicht viel Kleber. Nur so ein bisschen jeweils. Dass es zusammenhält. Und ihr es auch noch ein bisschen bewegen könnt. Also ich würde es jetzt nicht mit doppelseitigem Klebeband machen, ehrlich gesagt. Dann macht ihr wieder ein bisschen Kleber drauf. Ich habe mir jetzt auch neue Klebeflaschen bestellt. Ich muss dann echt mal gucken, wie die sind. Weil ich fülle mir immer meinen Kleber in diese Flaschen um. Weil das sind bis jetzt die einzigen, die einigermaßen okay sind. Es gibt natürlich noch diese Tombowflaschen. Aber die sind zu klein. Die sind so klein. Damit kann ich überhaupt nichts anfangen. So. das kleben wir jetzt einmal so und jetzt kommt gleich die letzte und die kleben wir auch aufeinander super relativ im 90 grad winkel sieht einigermaßen okay aus das ist dann jetzt sozusagen ein L was gut zusammengeklebt ist und dasselbe mache ich jetzt auf dieser Seite jetzt müssen die hier noch zusammengesetzt werden das sollte jetzt ein bisschen einfacher gehen weil die ja schon müssen jetzt eigentlich schon ineinander rutschen sozusagen genau es geht auch es geht auch einfacher es geht auch nicht darum dass man jede Falte ineinander klebt sondern dass da einfach eine Stabilität vorhanden ist am Ende weil man sie dann ineinander klebt so so wie hier jetzt die nächste dann machen wir wieder Kleber rein das war nur so ein Tröpfchen was ich da rein mache ich mache da nicht viel Kleber rein immer nur so ein Tröpfchen drücke das fest die nächste das Ende sozusagen so ihr kennt schon was es werden soll es wird wie so eine Art 3D Rahmen ok und dann ist das sozusagen hier schon fertig jetzt einfach schön alles abdeckt es soll einfach wie so eine wie so eine Schatulle werden die ihr dann aufmachen könnt in diesem Album wo ihr dann hier zum Beispiel Restfotos oder kleine Erinnerungsstücke wie ein Armbändchen oder ein Schlüsselanhänger je nachdem für was ihr dieses Album verwendet einfach nochmal so ein kleines ja Setup wo ihr halt Erinnerungsstücke rein tun könnt genau und dann machen wir das jetzt einfach so dass wir die Kanten einmal abschrägen und dann Kleber aufbringen das würde jetzt auch wunderbar mit Doppelseite im Klebeband natürlich gehen ich nehme jetzt erstmal Flüssigkleber es ist jetzt auch so dass das aussieht als würde das Teil jetzt zu lang sein deswegen lodet einfach ungefähr so ein bisschen die Mitte aus und klebt das dann fest also drückt dann erst dagegen also man sieht jetzt der Deckel ist ein bisschen größer als diese Falzkanten von der Länge her aber das ist wie gesagt nicht schlimm weil das sieht man am Ende nicht und so soll das dann einfach auch im Album aussehen dass es wie so ein ja wie so eine kleine 3D Schatulle ist wo ihr einfach nochmal Sachen reinlegen könnt es wird dann am Ende hier unten festgeklebt und dann ins Album geklebt dekoriert wird es jetzt natürlich auch noch das mache ich allerdings am Ende weil zum Beispiel diese Streifen hier würde ich halt gerne mit Restpapieren dekorieren und das wäre jetzt Quatsch wenn ich das jetzt schon machen würde so Seite Nummer 4 ist fertig ich habe sozusagen mit Motivpapier fertig dekoriert teilweise auch schon ein bisschen kleine Deko angebracht aber die große Deko kommt natürlich noch eine dieser Seiten werde ich auch an dieser Seiten die wir jetzt in den letzten Videos zusammen gebastelt haben die werde ich auch in einem Video mit euch zusammen dekorieren den Rest mache ich dann wahrscheinlich off camera oder im schnellen Durchlauf so dass ihr da nicht so lange dran sitzt und drauf wartet und Coverdekoration ja möchte ich auf jeden Fall mit euch in dem Video machen genau und was ich jetzt euch noch anhänge hinter dieser Seite ist wie ich die Innendekoration vom Coverdek gemacht habe da nenne ich euch dann auch nochmal Maas und wie ihr das zusammenbastelt zeige ich euch dann auch genau und dann sehen wir uns im nächsten Video was dann schon das letzte Video ist von dieser Reihe wo wir dann das Cover gemeinsam dekorieren und die Seiten einkleben und dann zeige ich euch natürlich auch das fertige Album wenn euch das Video gefallen hat würde ich mich natürlich freuen wenn ihr dem Ganzen einen Daumen nach oben gebt diesen Kanal abonniert um kein Video mehr zu verpassen und dann sehen wir uns beim nächsten Video Tschüss und dann sehen wir uns beim nächsten Mal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal